Hey, Toma, sieh mal. Hoppla! Oh, tut mir leid. Hier, bitteschön. Was ist los? Wieso riecht das hier plötzlich so lecker? Das frage ich mich auch. Äh, was ist denn da drin? Nanu, das ist ja gar kein Fleisch. Äh, danke schön. Das war knapp. Hey, warte. Ich rieche es eindeutig. Es riecht nach Mensch.